mit den üblichen verdächtigen namens Blaubeer, Roy Garner, Dragon Slayer, Wolf und Internet Saft Aaaaah, ich bin der Blaubeer Ich will immer so krügelasen Ich will immer so krügelasen Loll Loll Da kommt von der Seite einfach einer angelaufen Was ist hier los? Was ist hier los? Warum schießt du wieder das? Ja? Ja, ich rief eine Leiche, ja super Ja Blaubeer hat schon einen Abgang gemacht Blaubeer, ein bisschen gestorben Da fährt deine Leiche an Aber wo bist du? Da bist du, Nico Ja Soll ich den Slayer? Hahahaha Was? Ach scheiße Geh weg Ey, Wolf Ey, Wolf, bitte Alter, Weißer Organer Wer ist das von euch da jetzt? Wer ist das von euch da jetzt? Jawohl, der wird das seit dem 4-1 Leute Ok Mal Mehr Mann, ich werd grad nachgeladen Ich wollt grad nachgeladen Ich hab mich grad nachgeladen Wollt sie ja Wollt sie ja nicht nachgeladen Oder? Ich guck mal wer da ist Hallo Ich hab zwei Mal schlagen Was der den Pastert Wer ist gekommen? Hallo, der Fox Wer ist gekommen? Hallo, der Fox Ich kann jetzt nie aufm Desktop gucken Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys Bad Boys Nein, Selina Fox Und Bad Boys Ey, Bad Boy Wir nehmen grad auf Mach mit Selina Ich hab gerade gesagt Selina Fox Und Bad Boy Ja, ich meinte auch eigentlich Nico Nico ignoriert Alles kalt Selina Fox Also, also Jetzt sind derby Achtung Ich hab's gesagt Dead Boy und äh Silver Foxy Wir sind grad in der Aufnahme Also, ne Kommt gerne rauf Ey, wir brauchen mal Leute Die Silver Foxy ist ja schon aufm Server drauf Die ist schon aufm Server? Sie ist Trater, sie ist Trater Hallo Ja, die ist direkt vor dir 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 Ah, da Jetzt hab ich's gehört Alter Ich will keine Fans Geh weg Geh weg Ich bin keine Fans Nico war auch ein bisschen wundet Okay Das, äh, weil ich in der Inst gegangen bin So Warum hast du nichts in der Hand? Warte, warte hier Warte, warte hier Warte Warte Wir warnen dich, ich hab ne Diegel Ich hab ne Shotgun Shotgun versus Diegel, wer gewinnt wohl? Ähm Selina, willst du halt mal hier reingehen? Ja, komm auch auf Ich verschieße dich auch nicht Boah, jetzt hat er ne Nico, bleib doch mal stehen Jetzt hat er ne G3 Jetzt hat er ne G3 Jetzt bin der Detective Ja, warum soll ich stehen bleiben? Jetzt rast du da aus Was hab, ich hab hier was in der Hand für dich? Hier, aber Madcat Dankeschön Ja, ich hab, tu sogar mal was für dich Ja, dankeschön Danke Bringt mir aber nichts, wenn Dragon mich sofort wieder messert Ich messer dich? Ich bin innocent, man Alter Denk jetzt mal Ähm, halt alle Leute, ihr geht jetzt alle mal rutschen Toscha ist langweilig Ja, aber Data hat gesagt Also Ist mir egal, was Muss man aber nicht, ne? Wenn er mich jetzt sogar weg macht Ey, ist es halt Man muss nicht Das ist kein Muss Wolfsdruck im KOS, der verweigert das Rutschen Hä? Äh, ich verweiger's auch Man muss nicht Ja, ich will nicht Alter, Internet sagt ohne Scheiße auch so ein Kidditz Boah Boah Lol, Wolfsdruck, warum? Weil du ein Arsch bist Ich hasse dich, Drang Slayer Hasse dich Ich hasse dich zu sehr Okay, Drang ist schon mal Ich will nicht mehr leben, ich geb dir echt gleich die Kugel Na, Drang ist schon mal tot Warum war ich? Weil du das Opfer hier bist, ähm Im Rücken steht mehr von mich Ich bin mal nicht das Opfer Du bist immer das Opfer Sag ich hier einfach nur weg, warum war er das Opfer ist Ja 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 Wolf, lass mich in Ruhe Parole, oder was? Oh, mein Triggerfinger zockt schon wieder Ja, nur los Mach es für das Bro in Wolfsbro Äh, Wolf, lass mich in Ruhe Ja Ja Drückst auf den P Ach, dann bist du ein Good Traitor, ja Sag jetzt ich für den Letzte Sag die Wahrheit Also ich sage, du bist ein Kiddy Danke Bitte Dich mag keiner, denn deine Mutter hat dich verstoßen Warum? Du wohnst jetzt bei Pflegeeltern Ich glaube, er macht den Scheiß Ventilator aus Nein, mir ist warm Ich habe auch einen an Ich habe auch einen an Wir müssen glaube, er ist Fan feuern Ich habe auch einen an, aber der geht noch Hoffe ich Aber ich gehe mal pissen Das wollte ich niemand wissen Wer wollte es jetzt wissen Ja, egal, dann mach das Du musst dich holen, den Kiddy Ja, jetzt weißt du schon, wer Traitor ist Jetzt können wir eigentlich reden Auf den Rücken statt Messer nicht Geist drauf Sorry, Nico, den Sattel habe ich dir drauf geklebt Alter, Internet-Saft, was wird das? Weiß ich nicht Alter, jetzt mach den Mach doch mal was Internet-Saft Das sag ich ja nicht Reganer, mach den Ja, Alter Der Hut Alter Kann doch nicht sein, ne? Volganer, bring es doch mal zu Ende Ja, seine APP ist ja Du bist doch echt eine Schande für jeden Sniper Ich hab dir schon die Kommentare, wer gewinnt Ja, jetzt machen wir hier einen Cut, wir sind das in der nächsten Folge Wir sind das in der nächsten Folge Cliphänger 1000 Jetzt muss er abstürzen Jetzt muss er abstürzen Also ich wette auf Internet-Saft Ich bin Volganer Würde ich jetzt Silberfoxi Würde ich als Silberfoxi meinen Kick geben Nope Ach komm, das kann doch alles nicht sein Was ist denn heute wieder los hier? Gott verdammel ich ja Roganer ist los Roganer Ach, Alter Ich glaub ich sollte heute nichts mehr machen, ey Das kann doch alles nicht sein Hallo? Gib der mir auch mal meine Waffe? Äh Okay Ich seh doch gar an der Waffe nicht Ja und ich hängt bei mir unten bei jedem seinem Arm Ich hängt ihn im Schnitt Ja Nein, bei mir ist die Komplett hier weg Alles Verlegerung Nein Es hat nicht geklappt Ich hab ihn nicht erschlagen Hä? Hä, wo ist er? Glaube, du Dreckiger Ich Mach mir mal den Terrorraum auf Komm schon Warum sollte ich denn? Ja Ja Gut gemacht Ich hatte auch 14 HP Ja Ja, da hatte ich wieder Ja Wer liegt denn hier gerade in der Türung, oder? Und wir unschuldigen diese Hunde verantwortlich Sehe ihr, wie viele Fanschen hast du getötet Er ist denn um Guck mal, wer ganz oben steht Ich hab eine Person getötet, ich hab nur den Traitor getötet Ja Und der zweite hat nicht getötet Ja, ja Ähm, aber was über Fox war für jede einzelne Tätigung der Innozenzen, die ist dann unverantwortlich Ja Ich hab sie nicht direkt mitgenommen Ja, das Nein, damit ist gemeint, dass, äh, sie als Innozenzen... Achso, stimmt, ich habe als Innozen der Einzige die ihre zweite getötet Ja Ja, und ich hab sie mitgenommen Den Tod Wo ist Nico? Was? Äh? Was? Hä? Ja, was? Ja, was? Blaubeer hat geschossen Ja Ja Blaubeer Tailor Ja Glaubeer sea Niko, auf dich wurde geschlossen. Niko, kannst du mal Balls auf den Kopf gehen? Was? Ich mein, ist es! Ja, dann sucht die, dann sucht die! Los! Boah, wirklich! Genau! Niko? Ich muss das mal, ey, du Sau! Na, hatte ich's wieder in der Pipi, eh? Aber nein, ihr müsst mich ja töten! Warum ballerst du immer auf alle Leute? Weil du hast eben, als der eine durch ist, direkt da hinterher geschossen. Nein! Du solltest weglaufen, hast dich umgedreht und dann... Na, hallo? Das war der DT und der hat dann auch noch gelebt, also hätte ich wirklich auf ihn gebracht. Du hattest aber auf den geschossen! Ja, Leute nicht! Ansonsten muss ich auch einfach aufzunehmen. Schießt du auf mich, Indy? Schießt du auf mich? Ja, weil du Traitor bist! Ich bin kein Traitor! Er ist doch durch den Traitorgang gegangen! Hä, lol? Ich bin nicht durch den Traitor gegangen gegangen, ich hab mich die ganze Zeit versteckt! Für euch! Lol, hab ich nicht gesehen. Also ich sag mal so, Camper leben länger! Niko, warum tust du mir das an? Was denn? Warum musst du schlecht sagen? Bin nicht Traitor! Mal tappen! Bin aber nicht Traitor! Kann ich dir das nicht glauben? Internet Surf, du bist so schlecht! Ich weiß! Du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Du bist so schlecht! Boah! Nee! Ja, sauber! Bin ich immer schon! Ist schlecht, aber hat gewonnen, ne? Ist klar! Warum musst du genau in der Sekunde kommen, wo ich wieder lebe? Ich hatte meine Shotgun genommen und dich weggemacht! Jawohl! Besunde Sauber, Alter! Ohne Scheiße! Weißt du! Beim nächsten Mal lass ich dich nicht mehr in der Dich WC! Ich freu mich einfach nur ab! Wo ist denn dein Berliner Dach? Wo ist denn dein Berliner Dach? Wo ist denn dein Berliner Dach? Weiß ich nicht! Hauptsache, ich hoffe tot! Hallo! Hallo! Oh, ihr mobs! Ich war' dir immer der Passive! Ich war' dir immer erst die Leute sich da... Das stimmt aber echt! Finde ich auch! Ja! Wiesse, wenn schon Kiddy das sagt, dann sollte das sowohl schon was! Hm! Ist wohl schlimmer! Nicht mal soll ich bessern! Ist ja... Boah! Internet Surf, du bist so schlecht! Alter, ich seh gleich schon wieder ne Jalla, ey! Ja? thanks... Wartermann, ihr Dach Cohen in eine Richtung, ey! Mit deinen zünden, oder? Mit einen zünden! Mit einer zünden! Hä! Warte mal, hä! Badboy und Salina gleichzeitig? Hä! Das heißt, wir triff dir noch nicht im Computer! doch sind wir, aber wir haben jetzt noch einen Computer und ich verschwinde Guck mal, du lässt da sein, noch ins Feuer Nein, ich hab auch ausverkauft Nein, ich hab auch ausverkauft Da laufen wir auch damit Aus und schießt durch die Gegend Weg hier! Weg hier! Nein, hab ich nicht, sonst hätt ich dich getroffen Weg von hier jetzt, hau ab Nicht drohen Keine Drohungen Wer hat Nico getötet? Ich Ich wot 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 Ich bin es nicht Chieß nicht einfach Hätte ich feiner gedacht, dass du mich loslust, oder? Warum tust du das, Blaubeer? Kann nicht sein, Alter. Ich bin schon mal den Stalker bei Borderlands. Ich hätte mich schon so oft einschießen können, ne? Liegt da! Nein, das ist Nico, okay? Ich wollt grad sagen. Hallo, hallo, hallo. So fix bin ich auch nicht als Prater, ja? Blaubeer hat auf mich geschossen. Blaubeer hat auf mich geschossen. Halt dich getroffen? Nee, aber du hast auf mich geschossen. Nein, nein, nein. Ja, das war ich. Das war ich, es tut mir leid. Aber auch daraus wird geschossen. Halt rein! 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 Ich hab's überlebt. Ich auch. Halt rein! Halt rein! Ach, Mann! 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 Du Arsch! Ich konnt nix machen! Ja, du hast dir noch ne Geholt. Das ist ein Floor. Ja, Rogana, ich hab so ne Hohlfunft. Oh, Mann, mein Fuderkörmüt! Boah! Boah! Am Geist des Wolf unterseiten! Wir haben hier entdeckten mit der Wirt der Wölfe gekickt. Niko, was hast du eigentlich gemeint? Hä? Du hast am Anfang da irgendwas gesagt. Oh, scheiße! Was? 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 Was am Anfang der Runde gestorben ist? Irgendwas von Bad Boys gesagt? Oder? Also wenn... Selina, niemand hat dich schreien hören, ne? Hallo, 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 hallo. Ich dachte, ihr werdet halt beieinander, was ihr auch seid. Aber ihr habt zwei P's und PC's jetzt zu tun. Wenn irgend so ein Personix... Ähm... Niemand hat dich gehört. Niemand hat dich vermisst. Niko, ich steh hinter dir. Hello. Wenn irgend so ein Personix Y auf den Server kommt, kick ihn mal, danke. Danke, tschüss. Okay. Sehste? Ja? Kriege ich die Erlaubnis, das Kitty zu töten? Na komm, lass uns dann jetzt sagen. Jan, Jan, töt mich, töt mich, töt mich, töt mich, töt mich. Ja, 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 ja. Das war ne Falsche! Fuck you, Niko! Echt? Der Alter wird sich verarschen, Niko! Fuck you, Niko! Das tut mir leid. Das tut mir leid. Ich würde mal sagen... Das tut mir leid. Niko, du gehst jetzt mal an den Automaten ran. Du hast dich halt direkt davor gestellt, als ich geschossen hab. Niko, du gehst immer hier an den Automaten ran. Wollt... Wollt ihr nicht, dass ich sterbe? Niko, 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 lass, Alter, ohne Scheiß. Er hat sich in den Schuss geworfen. Ja, ich bin ja nicht... Oh, nee. Keine. Tuck, niemand den Automaten. Komm, niemand den Automaten. Komm, niemand den Automaten. Niko, Niko, Niko. Hohe... Und ich hab dich in den Schuss reingeschubst. Ja! Na, wie? Alter, ich hätte ihn einfach tippen sollen gehofft. Syllima, wo bist du? Niko, Niko, Niko. Jaaa... Niko mach erst mal double kill. Halt deine Maul, Kitty. Oh. Ehrlich wenigstens, ne? Also... Aniko. Ich glaube... Ich werd langsam aber sicher, dass ein Blaubeer merk ich gerade, ey. Hast du... Hast du einen Silver Fox irgendwo gesehen? Den was? Ob du einen Silver Fox irgendwo gesehen hast? Äh, nein. Wieso willst du wieder stalken, oder was? Ja, ich will hinterherlaufen. Lass doch mal arme Mädchen in Ruhe. Nein. Ich werd die ganze Zeit getötet. Ja. Touched Located. Alter, in der Kopf! Nein! Warte mal, was war? Touched Located. Ey. Du hattest so viel Glück, ne? Ohne Scheiße. Du hattest so viel Glück. Ich schieß auf dich und genau in dem Augenblick Jambett in den Schuss rein. Ja, Selina, du warst die letzte, ne? So ein Mist, ey. Das ist ja nicht meine Beziehung zu nem Traitor. Ja. Genau. Besonders, Wolf hat mich einfach vor dem Schuss gerettet. Weißt du, ihr ballert mich da gegenseitig ab und ich denk mir doch einfach als Data, what the fuck. Ja, ey. Ist jetzt... Niko, bist du jetzt mit der Karma zufrieden? Niko, bist du jetzt mit der Karma zufrieden? Bist du jetzt mit der Karma zufrieden? Bist du jetzt mit der Karma zufrieden? Oh Gott, minus 10. Was ist das? Da ist ja nur 40% Sammage. Oh ne, ne? Du kriegst mit der Uchi man mehr dauernd nur noch mit der AWP. Also das Oberkiddy ist KOS. Echt? Das Oberkiddy? Person XY oder was? Er war Inno. Er war KOS. Er war KOS. Er war KOS. Wie sieht's eigentlich aus? Ich verzwere dir wirklich nicht. Alter, ich bin beschossen. Ja. Jupp. Richtig. Ich wurde gerade beschossen, ne? Nimm mal so. Hä? Hä? Warte mal. Wer ist das? Wer ist das? Ich. Ah, wer ist ich? Ja. Raus hier! Raus hier! Kapiss dich, du blödes Kind, Alter. Geh wieder zurück ins Kindergarten. Alter, wir sind aufgenommen, Leute. Geh jetzt zurück ins Kindergarten. Ah. Geh jetzt zurück ins Kindergarten. Ja hier. Bist du nicht bei DSS? Oh nein! Oh, schade. Oh, schade. Komm her. Hör aufzubrennen. Bien, unser, halt leiche. Bitte. Komm, komm 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 komm. Komm! 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 Das ist mit mir Wolf, bist du Traitor? Nein, ich bin Inno, aber ihr seid Traitor Nein Also der Organer ist auf jeden Fall, der hat schon mal wieder Molly geworfen Ich bin's nicht Und das Internetsaft war in der Nähe, ich glaub das auch Ja, ich war in der Nähe, aber ich hab's ja nicht gesehen Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy, Bad Boy Internet-Soft Wo bist du? Oh So, nicht schlecht Dieses Sniper ist so scheiße Nico Dann ist so gut Gut, danke fürs Zuschauen Leute, ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss